Autobahn 2 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 Bauen Sie ca. 20 Meter zentral vor dem Tor mit Hilfe von Markierungslinien oder Stangen eine dreispurige Koordinationsstrecke auf. Außen werden dafür je vier, innen nur zwei Linien oder Stangen auf den Boden gelegt. Außerdem wird noch ein kleines Hütchentor am 16-Meter-Raum aufgestellt. Die Spieler werden in zwei Gruppen, Rot und Blau, eingeteilt. Rot wartet mit Ball neben dem Tor, Blau beginnt mit der Übung. Bei Gruppe Blau braucht der Startspieler keinen Ball, alle anderen haben je einen Ball. Der erste Spieler startet nun mit schnellen Skittings mit zwei Kontakten pro Zwischenraum durch den Parcours. Danach sprintet er durch das Hütchentor dem Mitspieler entgegen und bekommt einen Pass zugespielt, welcher mit der Außenseite schnellstmöglich angenommen werden soll. Nach dem Torschuss bekommt er noch einen zweiten Ball zugeworfen, welcher ebenfalls mit einem Torabschluss verarbeitet werden soll. Achten Sie auf maximale Geschwindigkeit, sowohl bei der koordinativen Laufaufgabe als auch bei der technischen Aufgabe. Bis zum nächsten Mal. Die Spieler durchlaufen nun den Parcours seitlich mit zwei Kontakten mit Rücken zum Tor, dann vorwärts mit zwei Kontakten und erneut seitlich mit zwei Kontakten, erneut mit Rücken zum Tor. Im Hütchentor bekommen Sie jetzt einen hohen Ball zugeworfen. Nach der schnellen Ballkontrolle folgen wieder zwei Torabschlüsse. Die Spieler durchlaufen Sie jetzt einen hohen Ballkontrolle folgen. Die Spieler durchlaufen Sie jetzt einen hohen Ballkontrolle folgen. Die Spieler durchlaufen Sie jetzt einen hohen Ballkontrolle folgen. Zusätzlich wird noch ein Ball oder eine kleine Hürde in den Parcours mit eingebaut. Der Spieler durchläuft die erste Bahn mit zwei Kontakten vorwärts, führt am Ball oder an der Hürde drei Prellsprünge mit anschließenden zwei Kontakten vorwärts aus, um dann die letzte Bahn mit zwei Kontakten rückwärts zu durchlaufen. Die technischen Anschlussaktionen danach sind variierbar. Das Entscheidende ist, dass auch hier wieder auf Handlungsstelligkeit geachtet wird. Dafür dürft natürlich nur den Spielern bekannte Techniken verwendet. Das Entscheidende ist, dass die Techniken Bis zum nächsten Mal.